Ich hab im Traum geweinet, mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf, und die Träne floß noch von der Wange herab. Ich hab im Traum geweinet, mir träumt, du verließest mich. Ich wachte auf, und ich weinte noch lange bitterlich. Ich hab im Traum geweinet, mir träumte, du bliebest mir gut. Ich wachte auf, und noch immer strömt meine Tränenflut. Das erträumte Geschehen und die Heftigkeit der Reaktion des Träumenden sind auf eine merkwürdige Weise umgekehrt proportional zueinander. Ich hab im Traum geweinet, mir träumte, du lägest im Grab. Ich wachte auf, und die Träne floß noch von der Wange herab. Die erste Strophe beinhaltet also den Traum von der Toten Geliebten und die erwartbare Reaktion darauf, eine Träne. Ich hab im Traum geweinet, mir träumt, du verließest mich. Ich wachte auf, und ich weinte noch lange bitterlich. Langes, bitterliches Weinen erscheint als die erwartbare Reaktion darauf, verlassen zu werden, aber warum ist das schlimmer als der Tod der Geliebten, der nur eine Träne wert war? Weil der Tod nur Schicksal ist, während sie ihm mit einer Trennung bewusst einen Schicksalsschlag zufügen würde? Ich hab im Traum geweinet, mir träumte, du bliebest mir gut. Ich wachte auf, und noch immer strömt meine Tränenflut. Sie trennt sich von ihm nicht, und das ist noch schlimmer? Oder sind das Tränen des Glücks? Wohl kaum. Wir wurden, was die konkrete Bedeutung des Konjunktiv 2, des Irrealis in diesem Gedicht betrifft, offenbar in die Irre geführt. Die zweite Strophe war nicht so zu verstehen, daß sie in Wirklichkeit noch mit ihm zusammen ist. Dieser Traum ist wohl eher ein Flashback von dem, was tatsächlich passiert war, während ihr Tod in der ersten Strophe nichts mit der Realität zu tun hat. Deswegen ist die Reaktion in der zweiten auf das Verlassenwerden auch heftiger. Wenn es dann in der dritten Strophe im Irrealis heißt, du bliebest mir gut, dann erfahren wir erst jetzt, daß die Trennung schon längst geschehen ist. Im Traum mit dem verschwundenen Glück konfrontiert zu werden, um dann in der traurigen Realität aufzuwachen, das ist unerträglich für den Liebenden und darum die nicht enden wollende Tränenflut. Dr. Vielen Dank. Vielen Dank.